Freunde, es freut mich, dass ihr da seid. Heute, ich mache es direkt kurz, ich mache es direkt schnell, heute reden wir über den größten Fehler in jeder Diät. Es gibt 10, 20 verschiedene Fehler, die kennen wir alle. Oder, da könnte ich jetzt anfangen. Darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über den größten Fehler, den jeder von uns, ich auch schon mal gemacht hat. Guck dich das Video an mit dem Handy beim Thema Krafttraining. Das ist der größte Fehler während des eigentlichen Trainings. Aber der Fehler drumherum, der größte, ist dieser hier. Da ist ein T-Shirt von mir. Soll aber eins bedeuten. Die weiße Fahne. Das Handtuch werfen. Aufkleben. Haben wir alles schon mal gemacht? Gerade in der Diät. Ganz kurzes Beispiel. Vielleicht habt ihr genau in der Situation, gerade wenn ihr mir jetzt auch schon seit 5, 6, 7 Videos vielleicht folgt oder gerade erst zu mir gestoßen seid, habe ja gesagt, ich mache jetzt so zum Januar hin, Neujahrsvorsätze, bla bla, dies, das, eine kleine Transformation. Wir haben jetzt, wo das Video rauskommt, Anfang Februar. Ich bin jetzt bestimmt wie viele auch von euch an so einem Punkt, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt einen Monat durchgezogen. Ich habe zwei Resultate, aber auch Eigen- und Fremdwahrnehmungen. Nicht jeden Tag so gut. Ach, irgendwie eher stagniert. Bald ist Karneval. Ich feiere jetzt kein Karneval, aber ne. Ich würde mal wieder mit den Kumpels weg. Ich würde mal wieder mit meiner Frau schön essen gehen. Vielleicht aber auch einen Wein trinken oder sowas. Genau, das ist der Punkt. Man kann sich sowas mal gönnen. Cheat Days und Cheat Meals. Darüber rede ich nächste Woche gerne. Was man aber nicht verwechseln darf, ist zu sagen, komm, es hat keinen Sinn, ich schaffe es nicht, ich gebe auf. Macht das nicht. Das Video soll euch auch als kleine Motivation dienen. Es geht vielen Leuten so. Nicht nur mir, auch richtigen Profis oder Amateuren oder Fitnessmodel, die richtig einen guten Körper haben, damit arbeiten. Die sagen auch irgendwann mal, sie können nicht mehr. Wenn ihr diesen Punkt habt, müsst ihr den Punkt überwinden. Schaut euch das Video an. Guckt, wie weit ihr schon gekommen seid. Guckt, welchen Weg ihr bereits hinter euch gebracht habt. Guckt, wie nah noch das Ziel von euch entfernt ist, dass ihr das schaffen könnt. Motiviert euch selber. Und dieses Wissen, das ist ganz wichtig, könnt ihr auch auf viele, viele andere Sachen übernehmen. Wir alle hatten schon mal in der Schule, im Studium, im Job, sonst wo, beim Sport, bei YouTube, ich mit YouTube zum Beispiel. Wir hatten schon mal alle diesen Punkt, wo man sagt, es bringt doch nichts mehr. Ich gebe auf. Ich stagniere irgendwo bei unter 200 Followern, bei keine Ahnung wie viele Stunden, Viewtime. Aber jetzt bin ich hier in meinem Keller und mache das Video. Ich mache weiter. Genau wie viele vielleicht denken, heute war, tut mir leid für den Ausdruck, ein scheiß Tag. Trotzdem nicht das Handtuch werfen. Nicht kapitulieren. Weitermachen. Ob im Kraftsport, ob in der Diät, ob in der Partnerschaft, in der Familie, im Sport, im Beruf, sonst wo. Also, schmeißt nicht das Handtuch. Bleibt am Ball. Viel Erfolg. Seid motiviert. Beißt die Zähne zusammen. Beißt euch durch. Am Ende des Tages wartet der Erfolg auf euch. Wie sagt man so schön? Nach dem Regen scheint die Sonne. Oder kurz vor einem neuen Tag ist es am dunkelsten oder so ähnlich. Ich könnte mir hier so einen Abreißkalender holen mit dem vollsten Kalender sprechen. Ihr wisst, was ich meine. Macht's gut. Ciao. Viel Erfolg.